Peter Maffay, Entscheidung um seine Tochter. Er will nichts mehr verpassen.Peter Maffay kündigt seine Abschiedstournee für 2024 an. Nach Jahrzehnten auf der Bühne möchte er sich nun mehr seiner Familie und vor allem seiner kleinen Tochter Anouk widmen. Peter Maffay, 2024 startet seine Abschiedstournee.Peter Maffay, 74, begeistert seit Jahrzehnten das Publikum mit seiner Musik. Songs wie Du, Eiszeit und Nesaya machten ihn zum Star und seine Fans können gar nicht genug von ihm bekommen. Für jene heißt es im nächsten Jahr allerdings Abschied nehmen, denn auf einer offiziellen Pressekonferenz, die live auf YouTube ausgestrahlt wurde, erklärte Maffay, dass er 2024 ein letztes Mal auf große Tournee gehen wird. Bei unserem Rockmärchen Tabaluga gibt es den schönen Satz, alles im Leben hat seine Zeit. Deshalb ist jetzt die Zeit für eine Zäsur gekommen. Das wird meine letzte zusammenhängende Tournee sein. Ich mache zwar weiter Musik, aber nicht mehr so, wie es unsere Fans bisher von uns kannten. Während sein steigendes Alter auch eine Rolle bei dieser Entscheidung spielt, ist es vor allem seine Familie, die er jetzt priorisieren möchte. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Tochter und meiner Frau verbringen und meinem Privatleben mehr Raum geben. Sie haben die absolute Priorität für mich.Peter Maffay, jetzt will er sich vollkommen auf die Familie konzentrieren. Viele Jahre 10. war die Musik für Peter Maffay im Vordergrund. Schließlich wollte er seine Fans nie enttäuschen. Nun ist es allerdings Zeit für eine Veränderung. Musik wird er auch weiterhin machen, seine Leidenschaft aufzugeben, kam für ihn zu keiner Zeit in Frage. Dennoch will er sich künftig mehr auf seine Familie und vor allem seine kleine Tochter Anouk konzentrieren. Er will die Vaterrolle nun richtig leben, wie er gegenüber der deutschen Presseagentur offenbarte. Meine Zeit als Vater ist jetzt richtig gekommen. In meinem Alter hat man eigentlich schon vieles hinter sich gebracht und dann hat man Zeit in größerem Umfang für Kinder. Weiter sagte er, jetzt will ich die Entwicklung unserer Tochter nicht verpassen. Auch wenn die Enttäuschung bei vielen Fans groß ist, kann wohl jeder Peters Beweggründe verstehen. Hendrik J. Balsmeyer, die Frau an Peter Maffays Seite. Aktuell ist Peter Maffay mit der 38 Jahre jüngeren Hendrik J. Balsmeyer zusammen. Sie lernte der Sänger im Oktober 2015 kennen und soll seine Ex-Frau Tanja Spengler für die Blondine verlassen haben. Das Paar begegnete sich erstmals während eines Konzerts in Magdeburg. Peter Maffay holte Hendrik J. damals als Fan auf die Bühne. Seit der Trennung von Tanja im Dezember 2015, sind Maffay und seine junge Freundin offiziell ein Paar. Im November 2018 bekamen Hendrik J. Balsmeyer und Peter Maffay eine Tochter. Für die kleine Anouk schrieb der stolze Papa sogar ein eigenes Kinderbuch, Titel, Anouk, die nachts auf Reisen geht, und komponierte den passenden Song dazu. Still und heimlich haben sich Peter Maffay und Hendrik J. Balsmeyer am 1. April 2022 das Jahr Wort gegeben. Die Feier im kleinen Familien- und Bekanntenkreis wurde über ein Jahr lang vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Erst im September 2023 kam heraus, dass das Paar längst verheiratet ist. Gegenüber Bild gab Peter Maffay zu. Ja, es stimmt. Hendrik J. und ich sind verheiratet und längst ein glückliches Ehepaar.